Ah! Komm zu Papa, wo bist du? Wer war doch eben hier? Bin ich bekloppt? Ich sag doch, die wechseln in ihre Position. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich seh ihn. Zumindest hab ich ihn eben gesehen. Das ist ein Spieler. Das ist definitiv ein Spieler. Ganz, ganz sicher ist das ein Spieler. Schießt du gleich, wenn du ihn noch hast. Ich danke dir. Ich danke dir.